Scheiße. Ja, es ist 0.23 Uhr und ähm, scheiße. Das Werkzeug bitte. Ja, ich bin da los. Nee, die kriege ich weg. Und ich kriege hier zum Urkasten, welcher im Ruderkasten drin ist. Ja. Gestern Nacht hatten wir gemerkt, dass der Autopilot komische Geräusche macht und die Steuerräder sich komisch bewegen. Und wir sind dann auch zweimal fast aus dem Ruder gelaufen bzw. sind aus dem Ruder gelaufen. Das hat der Autopilot dann aber doch noch hinbekommen. Und dann bin ich um halb zwei morgens, bin ich da reingekabelt und habe mir das angeschaut. Was heißt da rein? In den Ruderkasten rein. Da hinten. Ich zeig's euch jetzt auch noch mal. Und habe gesehen, dass die Halterung, der Ankerpunkt am Ruderschaft fast komplett lose war. Dadurch hatte der Autopilot bereits fünf Zentimeter Spiel und musste immer um die fünf Zentimeter mehr fahren. Und somit hat er viel mehr gearbeitet als sonst, also mindestens das Doppelte. Ist dadurch heiß geworden. Es war nicht mehr genau, weil das Ruder sich um die fünf Zentimeter bewegen konnte. Und ja, es ist aber zum Glück nichts kaputt gegangen. Hier war sogar eine Stopp-Mutter montiert. Aber die Stopp-Mutter hat sich gelöst. Und jetzt habe ich die Stopp-Mutter zusätzlich noch gekontert mit einer Konter-Mutter. Sollte eigentlich halten jetzt. Ich zeig euch das Problem, was wir hatten gestern Nacht. Und zwar genau hier ist der Anschlagpunkt vom Autopilot. Oben dran ist eine Mutter und jetzt sind zwei drauf. Also jetzt ist das Teil fest. Jetzt bewegt sich das Ruder mit dem Autopiloten. Und gestern Nacht war das so lose, dass das Ding unten um fünf Zentimeter hin und her schwanken konnte. Also das Gewinde war schon fast komplett geöffnet. Jetzt scheint das Ganze wieder gut zu funktionieren. Das Fundament vom Autopiloten, das haben wir selbst gebaut. Das ist auch stabil soweit. Öl auch noch genug drin. Alles perfekt. Wir haben heute und gestern hatten wir eigentlich nur starke Bewölkung. Und jetzt sind wir nach, nach wieviel Tagen? Sechseinhalb, sieben Tagen. Nach sieben Tagen auf See sind wir bei 84% Ladung. Wir haben jetzt leider nur ganz wenig Plus. Weil eben die Solaranlage nicht viel bringt. Beziehungsweise nicht viel heißt, sie bringt 12 Ampere. Und an guten Tagen bringt sie halt dann doch 40, 50 Ampere. Und dann können wir die Akkus wieder gut laden. Aber nichtsdestotrotz, wir hoffen und glauben, wenn das Wetter wieder besser wird, dass wir ohne den Motor starten über den Atlantik kommen. Mal 84% wir verlieren. Dadurch, dass der Autopilot doppelt so viel gearbeitet hat, hat er vermutlich mehr gebraucht den letzten Tag. Aber ich schätze mal, wir verlieren so um die 3-4% pro Tag bei Bewölkung. Wenn es ein guter Tag ist, dann gewinnen wir. Dann verlieren wir gar nichts wahrscheinlich. Mal schauen, wie es weitergeht. Die Nacht kommt bald wieder. Ich schicke gerade E-Mails raus mit dem Meridium Go. Heute war mal wieder ein Tag, wo wir Sonne hatten seit langem. Sonst war immer bewölkt. Heute ist mal die Sonne draußen gewesen. Aber leider jetzt, zur Sonnenuntergangszeit, haben wir wieder ein paar Wolken. Und deswegen sehen wir davon auch leider nicht sehr viel. Aber naja, wir machen uns mal für die Nachtschichten fertig. Dementslangszeit, muss man sich selbst live in der Vergangenheit zurück über die Nachtschichten. Da geht euch los. Sie werden auch noche ingenierungen aus. Untertagszeit, wie wo wir das, ist, ist, dass man ein paar Jahre lang ist. Na, schon Sauerei gemacht und ich habe es verpasst. Keine Angst, kommt noch 102. Ja, ja, jetzt Seegang zu Hause. So, danke. So, komm schon zuerst schön, wie funktioniert das? Milch, Kakao, Brot, Frühstück. So, die Herausforderung Brot streichen. Also, man lehne sich gut zurück, stützt sich gut ab. Denn sobald eine Welle kommt, nimmt einem alles mit. Dann stützt man die Ellenbogen, äh, Arsch an die Kante. Ellenbogen nach vorne, taucht genüsslich in die Nutella ein und streicht mit einem angelehnten Arm. Dann muss man die Wellen studiert haben. So wie wir jetzt die Tage lang. Wir passieren das Ganze mal. Also, ihr seht, uns muss langweilig sein. Der Andrea auf jeden Fall. Nein, uns ist beiden langweilig. Ach, übrigens. Ach, übrigens. Wir haben die Hälfte gesagt, heute gibt es Bulle und Reiz. Du meinst Hühnchen? Oh ja, wir haben ja keine Schweizer mehr an Bord. Die Nutella-Lehrstunde ist vorbei. Ähm, der Jens von Naughty Girl hat uns heute Morgen eine E-Mail geschrieben, um halb acht, dass ihn gerade die Segeljungs überholt haben. Und er mit ihnen gefunkt hat auf Kanal 16. Ähm, Jens ist ungefähr 80 Meilen hinter uns. Also ganz genau weiß ich nicht mehr. Wir sind gleichzeitig gestartet. Und die Segeljungs sind von den Kanaren gestartet. Ein paar Tage früher. Ja, und jetzt, wie es aussieht, trifft man sich zufällig auf den Atlantik. Und vielleicht holen sie uns noch ein. Ich geh frühstücken. Ja. Du kannst auch weniger nehmen. Nein, da muss ich zweimal gehen. Sie hat das im Griff. Jupp. Aber wo hol ich noch die Rutschmatte bitte? Ja, ich hol noch die Rutschmatte. Okay, Mahlzeit, Frühstück. Heute hacken wir Tag 7. Tag 7 geht, äh, na geht, hä, war wirklich Tag 7? Na, warte mal. 7 Plus, also der achte Tag. Naa. Ah. 7 schon abgeschlossen. Sicher? Nein. Warte mal, was ist heute schon Tag? Der 11., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 7. Tag ist heute. Okay, Tag 7 heute. Wir haben heute das erste Mal einen richtig schönen Sonnenuntergang. Ja, endlich. Keine Wolken, aber so gut wie keine. Ja, heute war wirklich ein super Tag. Ja, wir haben lecker gegessen. Die Welle war recht angenehm heute. Ja. Wind war super. Ja. Karten gespielt haben wir. Genau. Ein bisschen geschlafen haben wir. Das Schaukeln war nicht tragisch heute. Heute war es sehr angenehm eigentlich. Ja. So könnte man es aushalten. Heute war ein guter Tag. Ja. Ja. Und wahrscheinlich, der Wind sollte gleich bleiben, Wellen sollten auch gleich bleiben. Also Tendenz gleichbleibend hoffentlich. Genau. Mit Freien in den Zaun zu kommen. Oh ja. Halbweg ist vorbei. Wir haben über 1050 Meilen schon hinter uns oder mehr. Kann man ja ahnen. Ja, mehr mittlerweile. Also warte mal schnell. Moment. 5018 steht auf unserem Lok drauf. Das heißt, seit wir am 15. Juli gestartet sind in Lignano, haben wir 5018 Seemeilen gemacht. Genau. Und es folgen noch gute tausend jetzt. Ja. Oder tausend nicht gute tausend. Nein, nicht ganz mehr. Cool. Und dann sind wir in Barbados und checken dann mal die Karibik her. Hoffentlich wird es endlich warm. Hoffentlich wird es schön. Hoffentlich haben sich die ganzen Strapazen und Reparaturen und alles gelohnt und wir können die Karibik mal wirklich genießen. Ja. Du, ich glaube wir müssen uns beeilen, sonst ist für uns der Sonneuntergang fertig. Wir drehen uns mal um. Bis dann bis zum nächsten Mal! Bis dann bis dann bis zum nächsten Mal! Dann bis dann von Wahratar How native Bach. ну BremPA Wir hatten gerade super Wetter und sehr schön Sonne und jetzt kommt da von Schräg 8 ein Steuerbord kommt eine riesige Wolke, eine dunkle Wolke, aber laut Radar kein Regen, also gerade schwierig einzuschätzen, aber wir hatten jetzt schon mal keine Anzeige in der Nacht und es hat leicht geregnet, aber eben nur leicht. Ich zeige es euch mal. Hey Drea. Hallo. Also hier, schöner Sonnenschein, mittlerweile schon ein paar Quellwolken und hier drüben das dunkle Ding. Mittlerweile hat es uns schon fast eingeholt und es ist schon fast über uns. Wir haben provisorisch schon mal das Großsegel zur Hälfte eingerefft, weil wir eigentlich volle Segel draußen hatten. Und ja, jetzt warten wir ab, was passiert, erst dann reffen wir weiter. Jetzt läuft der Motor gerade zum Strom produzieren. Also wir dachten eigentlich, es geht ohne, aber dadurch, dass wir jetzt seit der Hälfte eigentlich immer Wolken haben, irgendwie klappt es doch nicht ganz. Und wir hatten jetzt noch 70 Prozent und haben uns gedacht, komm, wir starten mal den Motor, testen, weil es läuft und laden mal wieder 10 Prozent. Und das machen wir jetzt gerade. Lukas, Sie schauen müde aus. Was ist los? Nichts ist los, es ist langweilig. Ich sehe den Wolken beim Wachsen zu und Andrea schaut sich die Sonne beim Untergehen an. Die Segel schlagen leicht, weil wir nur 10 Knoten Wind haben, zum Teil mal 13 und doch noch zu viele Wellen. Aber hoffentlich wird es wieder besser. Gegen Abend kriegen wir meistens mehr Wind, von dem mehr passt. Ja, die letzten Tage ziehen sich. Es zieht sich wie Kaugummi. Ja. Ohh. Aaaa. 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 Das war's. Wir wollen Pesto-Nudel machen, aber ich muss erst meine Pesto finden. Hallo, ich glaube, er müsste hier drin sein. Machen wir uns einen Randensalat dazu. Wie du magst. Wie du magst. Ja, ich mag es. Man findet immer wieder schön. Ich habe etwas gefunden. Besser. Wuhu. Wuhu. Also das ist nicht unser einziger Vorratsraum. Keller meint sie. Keller. Den anderen, glaube ich, habt ihr schon gesehen da vorne und da hinten ist auch noch einer. Wir haben überall Kellers. Keller. Keller. Wuhu. Wuhu. Mahlzeit. Ist das bei QM lokal? Ja, ja. Ist recht. Ist der beste Platz hier. Ganz chillig. Bei dem Rollen kann man den Plotter und die ganzen Daten überprüfen. Okay. Nebenher schreibe ich noch eine E-Mail an Naughty Girl und lese diverse andere E-Mails und schreibe zurück und so weiter. Und wir haben noch 650 Meilen bis zum Ziel. Ja, der Kurs ist nicht ganz perfekt, aber wir kommen relativ gut dahin. Wir spielen Watten für die, die es kennen. Stimmt. Das sind die altdeutschen Karten. Ja. In Südtirol heißt das Spiel Watten. Geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Ja, eigentlich spielt man jetzt zu viert, muss man auch sagen. Ja. Ja. Aber eins, zwei. Uns fehlen zwei Leute und gerade ist zufällig niemand in der Nähe. Wir können ja mal funken, aber... Ja, leider keine Leute. Kein anderes Spiel. Wir haben seit wahrscheinlich über einer Woche nichts gesehen. Kein AIS-Signal, gar nichts. Oh, du siehst, was ich habe. Das ist nicht schade. Nein, ich habe nicht mehr. Und das Fahrzeugen. No, schnell rüber. Drei. Heep mal. Heep mal. Nog ein. Mwahaha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ein extra nichts gekauft. Bier. Gen, Bier. Wir haben gerade unseren ersten richtigen Squall aus Spät, der ist auch sehr gut zichtbar auf dem Radar und ja ich kann es euch auf der Kamera nicht zeigen, weil man sieht nichts. Sieht aus wie eine Gewitterwolke ohne Blitze und wir sind gespannt. Also ich freue mich irgendwie drauf, weil ich einen miterleben will und mehrere Freunde von uns hatten eben gar kein Squall über den ganzen Atlantik, wäre schade, muss man den Atlantik nochmal überqueren von einem Squall. Du wirst besser! Lukas hat euch in der Nacht erzählt, dass ein Squall möglicherweise auf uns zukommt, aber der ist Gott sei Dank an uns vorweilgereicht, zu sehr zur Freude von Andrea, zum Leid von Lukas. Aber wir haben jetzt das Gebiet erreicht, wo wahrscheinlich einige Squalls auf uns warten werden und auch jetzt bilden sich rings um uns eigentlich mehr steuerbar, achterlichseits Squalls aus. Hey, lasst das! Ich zeige euch die mal. Da und da hinten und hier ist es schön! Laut Radar sieht es aber auch jetzt im Moment so aus, als ob die alle an uns vorbeiziehen. Wir werden sehen! So, der erste Squall war gerade hier. Ja! Oder ist noch hier. Es regnet! Und wir hatten... Ähm... So, es regnet! Wir hatten... 32 Knoten! Boah, jetzt tragen wir den Rachtturm, Schatz! Nein, 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 alles easy! Hui, da kommt der alle! Jetzt tragen wir den Rachtturm, Schatz! 32 Knoten, wir haben noch schnell das Großsegel... Wir haben noch schnell das Großsegel etwas gerefft. Großsegel? Äh, das Vorsegel, sorry! Ja! Das war jetzt recht unerwartet, um ehrlich zu sein, weil man auf dem Radar nichts gesehen hat. Aber wirklich nichts! Aber cool! Hoffentlich kommt noch einer, freut sich Andrea! Nein! You're on tape! Oh, ich hasse Wellen! Wellen, sein, sein... Irgendwie hat die Andrea das noch nicht ganz im Griff. Na, sie hat das Ei einfach ohne Aufsicht gelassen. Oh, schau die Sauerei an! Oh, ****! Nicht scheiße! Nicht besprochen! So, rühr einmal anders! Bäh! Oh yeah! Wir haben gerade seit nahezu zwei Wochen... Ja, nein, nicht ganz. Nahezu zehn Tagen das erste Mal wieder ein Signal auf dem Plotter von einem anderen Schiff. Ein Eiersignal! Ja! Wir wissen nicht genau wie das Schiff heißt. Es ist noch 7,7 Nautical Mais entfernt laut IES-Signal. Und es fährt so zwischen 3,5 und 5,5 Knoten. Und im Moment ist der Wind genau so, dass wir relativ nah an das Schiffchen hinfahren. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Vielleicht sehen wir es ja irgendwann! Ja, ich zeig's euch! Da ist es! Ohhhh! Ruhig! 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 Wir zeigen euch dann die Begegnung mit dem unbekannten Schiff. Ruhig! 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 Jetzt haben die gerade im Moment die Navigationslichter eingeschaltet. Ich wollte gerade sagen, die haben noch nicht mal die Navigationslichter eingeschalten. Und über Funk antwortet auch keiner. Ich habe die jetzt schon ein paar mal angefunkt. Ja, vielleicht waren die am Schlafen. Mal schauen, jetzt haben die das gerade eingeschaltet. Man sieht es fast sicher nicht auf Kamera, weil das zu schwach ist. Ja, wir haben Raumwind, nein Blödsinn, wir haben Wind von hinten, von ganz hinten, 170 Grad aktuell und wir kommen gut voran. Uns fehlen jetzt genau noch knapp unter 300 Meilen, also wir sollten in spätestens zwei Tagen ankommen. Spätestens. Normalerweise haben wir jetzt immer 160 Meilen pro 24 Stunden gemacht, je nach Wind natürlich und Welle, aber wir kommen sehr gut vorwärts. Und ja, Wetter ist gut, keine Squalls, jedoch es scheint so, als wären keine Squalls heute Nacht. Ja, hoffen wir die letzten Tage gehen noch gut. Aufrund. Aufrund. Ja, gut. Vielen Dank.